servus leute und willkommen zu meinem nächsten let's play live dieses mal south park, the stick of truth oder auch der stab der wahrheit wir spielen nämlich ich weiß gar nicht auf deutsch also das hauptmenü ist auf jeden fall auf deutsch aber ich glaube das spiel ist voicetechnisch auf englisch und die untertitel sind dann auf deutsch also optionen wir haben die untertitel an und wir gehen in der schwierigkeit auf hardcore das die wollen wir auch übernehmen jawohl weil ich meine das spiel ist von 2014 damals habe ich es auch schon mal gespielt das heißt die grundmechaniken vom spiel kenne ich deswegen wollen wir es auch auf schwer spielen also von dem her sage ich mal auf geht's neues spiel gestanden als neues spiel oder larn als gesperrten spiels wird denn automatisch wäre ja 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 klar ist mir egal der alte spiel schon aber den nicht mehr gespielt in die lands of zara die humans of koopa keith struggle to stay alive as they are attacked by the wicket drow elves of larnia darkness falls as the humans beg their king to save them a noble Ich bin nur der Großwizard. Für 1000 Jahre hat der Krieg nur der Großwizard gewartet, mit nur der Braverie der Großwizard, um seine Menschen zu schützen. Aber obwohl der Großwizard-Wizard ist so ungewöhnlich cool, die Drow-Elf-Armien weiterentwickeln. Sie suchen den Menschen die größten Relik, der Stick der Wahrheit. Aber die Tide der Krieg werden schnell verändern, als die Nachrichten von einem neuen Kind spüren über die Land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow-Elf can manipulate his mind, and use him, to take the sacred Relik from human hands. For whomever controls the Stick, controls the universe. South Park, the Stick of Truth. Oh! Charakter-Erschaffung wählen. Ach genau, hier war das noch gar nicht, dass die Hautfarbe Schwierigkeit ist, weil man für den zweiten Teil dann, oder? Also Schwierigkeit, die die Hautfarbe einstellt. Wollen wir dunkelhautig sein? Meint ihr, da gibt es extra? Meint ihr? Meint ihr, da kommen irgendwelche Gimmicks? Das machen wir mal. Auf einmal, wir könnten theoretisch auch ein Mädchen bestimmen. Warte mal. Das ist natürlich auch... Oh. Oh. Ich kann hier die Farbe ändern. Ah. Alter. Hey, aber das... Aber das finde ich gar nicht mal so kacke. Meine Klamotte hatte ich damals, die hier, bloß mit anderer Farbe gewonnen. Das ist ein schwarzes Shirt, das. Oder die mit anderer Farbe gewonnen, haha. Boah, das mit dem weißen Haar, das schaut schon nice aus. Ja, das gefällt mir voll. Was gibt's denn hier? Alter. Weste. Suit West. South Park Chaos. Woody? Das Wetter hat auch schon was. Uh. Uh. Das ist auch cool. Einfach nur so. Ja, ich will schauen. Warte mal, das haben wir noch nicht gehabt. Einfach nur Hemden. Nur mit einer offenen Jacke. Boah. Boah. Boah, das mit einer weißen Krawatte? Warte, schauen wir noch weiter kurz, was es noch so gibt. Oh, schau mal. Hier, da gibt's das hier, bloß noch mit Schal. Achso, das war's. Ähm. Gibt's noch? War ganz oben nicht auch mal irgendwo Krawatte? Ne, mit Krawatte ist das das Einzige. Boah, ich glaub, ich nehm das mit der Krawatte. Primärfarbe ist halt das Shirt. Das würde ich fast hier so in so... Oh. Oh mein Gott. Ach, die Hose. Oh, die Hose ist da rot. Kack, ich wollte doch die... Ding rot mit weißer Krawatte. War hier so in Richtung grü... Oh mein Gott, nein. Ah, dann können wir doch rot nehmen. Mit weißer Krawatte und weißer Hose. Ja, okay, die Hose, die hat da keinen Mittelstreifen. Das schaut immer so die Füße an. Jetzt kann ich die Rottöne vergleichen, weil mit meiner Farbe so schwächer ist die Aliveau immer ein bisschen blöder. Das hier ist mehr orange. Das hier ist gelb. Boah, warte mal. Oh, nee. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn, ändert schon. So, rot mit weißer Krawatte. Das machen wir. Boah, haben wir irgendwas cooles? Akne... Tränensäcke. Oh, einmal aufs Maul bekommen. Hm, Doppelkir. Wollen wir Sommersprossen haben? Was ist das? Achso, ein Doppelkin. Einfach so ein Punkt. Boah, den Punkt könnten wir nehmen. Wieviel gibt's denn? Okay, so viel gibt's gar nicht mehr. Dreck im Gesicht. Nee. Oh, die schaut kürt aus. Alter, wir sind richtig badass mit der Narbe. Das ist besonders auch das richtige Auge. Oder mit der Träne. Die sieht man auch richtig gut. Ich hab keine Ahnung, was wir überhaupt an unserem Outfit alles verändern. Oder an unserem Aussehen. Aber egal. Narbe oder Träne? Die Träne, die müsste weiter unten eigentlich sein. Die müsste unter dem Auge eigentlich sein. Und nicht neben dem Auge. Das ist ja blöd dabei. Die Narbe ist Crab. Äh, die Narbe ist... Pirling. Tränen... Ja, nee, da ist ein Pflaster dabei. Also die Narbe oder die Träne. Narbe oder... Ja, oder Tropfen. Träne ist es ja nicht, wenn es neben dem Auge ist. Glaube ich nehme die Narbe. Wollen wir eine Brille haben? Können wir halt auch noch ändern dann. Die sind irgendwie alle nicht so geil, oder? Wenn dann die? Nee. Nee, nee. Wir sind ohne Brille. Wir sind ohne Brille. Jo, fertig. Die Webcam mit den Untertiteln passt auch richtig gut. Da wird nichts überdeckt. Das ist super. Auf geht's. Ab nach South Park. Verkauft. Kein Möwepacker. Easy Rider Van. Ich denke, das ist alles. Wir haben es geschafft, Junge. Wir sind wirklich geflüchtig. Wir sind wirklich geflüchtig. Es ist ein neues Beginn für uns. Es wird endlich gut sein. Du glaubst, es wird wirklich besser für... ihn? Die wollen nicht für ihn hier sehen. Wir müssen nur sicher, dass er keinen Begründer hat. Kommt, wir schauen, wie er macht. Sweetie? Han, ihr seid alle? Ihr seid? Hey, Champ. Alter, wir schauen schon geil aus. Ja, wir lieben dich auch! Ah, links ist mein Inventar. Rechts Stick nach oben ist 14. Was haben wir noch? Schlagen? Keine Ahnung. Wir können natürlich rumlaufen. Okay. Schau. Jawoll. Haben wir was im Lager? Fischi. Computer Stuff, hey. Was haben wir hier drin? Geld und Baseball. Ach, er hat auch alles in den Rücken. Warte mal, was haben wir denn da? Das müsste Amerika sein, oder? Nee. Das ist Asien oder Australien, oder? Fuck. Ich, wenn ein Ehrkunde gut wäre. Nein, aber normalerweise muss es Amerika sein. Oder? Okay, bleibt da immer gleich stehen. Äh, wir gehen mal raus. Warte mal. UPS, kennt da was? Nö. Okay, klar. Wir sind ja eben am einziehen. Alles noch voll gepackt. Voll gepackt mit tollen Sachen. Okay, da ist zu. Okay, wir haben hier das Klo. Wir sind von unten reingekommen. Alter Schwamm, rostiges Rohr. Alles nehmen. Jawoll. Perfekt. Müllkammer. Okay, ich kann's hauen, aber es passiert nichts. 10 Cent. Gönne ich mir. Oh. Äh, ah, ah, ah. Fuck. Shit. Du verkackt die Verstaste. Okay. Jawoll. Ähm. War das mit spülen? Ich mein, ja, ich kann hier looten. Ja, ähm. Wir sind dreckig. Ich geh noch mit Klamotten in die Dusche. Äh, ja, Wasser lassen wir laufen. Ist doch auch warm. Passt schon. Ich frag mich, wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe. Läuft das weiter? Ha, tatsächlich. Ich frag mich, ob das Auswirkungen hat. Sind wir irgendwann pleite, weil die Wasserrechnung zu hoch ist? Okay, da ist unser Dad. Wir sollen ja rausgehen und spielen. Deswegen, in der Küche liegt Geld. Alles, was gelb ist, kann man benutzen. Und alles, was nicht gelb ist, kann man hauen, theoretisch. Da, da ist unser Geld. Schwarzer Blendschutz. Direkt ein Ding gefunden. Kosmetik und ein Gesundheitsdrang. Was? Ja, Geld. Ne Gabel, was er so in der Küche hat. Hey, Mom. Passt die Lautstärke? Ja, ich glaub schon, dass die Sprachlautstärke passt, oder? Ja, vom... Wie genau das Spiel ist. Geh und schau rund um die Stadt. Es war nicht eine Reise, es war eine Kommande. Jetzt geh raus und mach ein paar Freunde. Was? Ich hab das Geld doch gar nicht. Willst du raus und ein Kind sein? Für Christ's sake! W-w-w-w-w-was? Der hat mich ausgesperrt? Okay, äh... Ah. Du musst einen Quest, drücken wir mal rechts, um Questübersicht. Jo, der neue in der Stadt. Das Questübersicht mit L. Ja, ja, klar. Wir haben auch eine Karte. Wir haben jetzt hier schon einen Haufen Sachen. Und das klicke ich nicht alles durch, weil das muss ich immer wieder durchklicken. Den Blendschutz kann ich mal anwählen. Oh, den Schnee können wir gar nicht kaputt machen. No Humans geht auch nicht kaputt. Ich dachte, da kann ich direkt hin. Verdammt. Und immer alles hauen, das ist ganz wichtig. Aber eben geht noch nichts. In der Garage können wir. Können wir auch nichts kaputt machen, aber hier gibt es eine Leiter. Was haben wir hier oben? Loot. Surfer. Uh, warte mal. Ist das vielleicht zufällig die, die wir eben schon aufhaben? Ich meine, ich habe mir eigentlich alle Frisuren angeschaut. Äh, warte mal. War Inventar da. Warte mal, nach oben war Inventar. Ne, nach oben war Karte. Nach links ist Inventar. Haha. Ist das die, die wir aufhaben? Ne, oder? Ja, ne, die schaut deutlich anders aus. Ne, ey. Da ist unsere Frisur viel geiler. Also wir können noch nichts kaputt machen. Äh, äh. Ich bin zu den Wurzeln. So, ich bin zu dir erst. Aha! Du kannst noch lange aufhören. Hilfe! Ich kann noch lange aufhören. Hilfe! Hilfe! Wollen wir Buttas helfen? Kann ich mal vorbeigehen und Buttas hauen? Ja, das ist das. Sorry, dass ich dein Schwert aufhören. Hahaha. Take that, Human. Feel my wrath. Äh. Jesus Christ. Oh, shit. Ich kann Buttas nicht hauen. Ich kann nicht mit dem Elf zusammen gegen Buttas kämpfen. Okay, warte. Hey, nicht fair. Das ist falsch. Ich werde meine Mutter sagen. Hahaha. Danke, Kids. Ich wusste nicht, dass er eine Hilfe hat. Aber mein Name ist Buttas the Merciful. Ich bin ein Paladin. Ich lebe neben dir zu dir. Wir sollten Freunde sein. Okay, ich habe einen neuen Freund. Er hat hier auf der Humpel zu retten. Ja, ja, klar. Ich kann hier durchgehen. Freunde. Chem Pokemon. Da habe ich schon eins gesehen. Das, was da im Baum hängt. Hey, alle. Wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde. Ja. Also würde ihn niemand ärgern. Oh mein Gott. Wenn Buttas sowas schreibt, dann werden wir... Wir... Wir werden richtig hart gemobbt werden. Wenn wir extra sagen, dass wir mit Buttas befreundet sind. Hey, woher bist du? Äh... Äh... Ah, ich kann rennen. Ja, nice. Oh, das ist auch zu. Warte mal. Kann ich hier rein? Nein, zu Buttas kann ich nicht rein. Die Häuser müssen alle noch nicht suchen. Wir nehmen alles mit, was wir finden können. Ich bin der Grand Wizard. So, du bist der neue Kind. Dein Gehäuse wurde von Coldwell Banker vorgestellt. Ich bin der Wizard. Aber die Zeit, um zu sprechen, ist nicht Nad. Oh, wer ist dein neuer Freund, Eric? Schau mal, Mom. Nicht jetzt. Geh nicht mit ihr, sie ist kein Teil des Spiels. Okay. Geh nicht mit ihr, sie ist kein Teil des Spiels. Oh, oh, oh. Dann haue ich sie halt. Oh, shit. Kann ich da alles hauen. Hahaha. Hehehe. Kastell Koopa Keep. Wie macht das Diabetes? Hier, natürlich, ist die hervorragende und hervorragende Prinzessin Kinney. Die fairenste Mädchen in der ganzen Kirche. Nicht fragen, warum Kinney eine Frau ist. Es ist nur so, wie er sich jetzt rollen kann. Kinney ist super. Vielleicht mit Cartman. Gut. Wir sollen mit Cartman sprechen. Ähm. Okay. Okay. Okay, du bist jetzt verrückt. Wenn du dich heilen willst, musst du auf den Rock wiedersehen. Nein, wir sind wahnsinnig. Ähm. Pool of Vision. Er hat kein Geister. Ah, ja. Pool of Vision. Schön, ist das? Ja, ja. Äh. Doch. Du sprichst mit Power, die du nicht verstehst. Mom, der neue Kind versucht, um die Pool of Vision zu spüren. Mom, der neue Kind versucht, um die Pool of Vision zu spüren. Mom, der neue Kind versucht, um die Pool of Vision zu spüren. Äh. Kann ich die Blumen pflücken? Ja. Kann ich. Narzisse. Kreis Gegenstand. Oh. Okay. Blumen für eine Prinzessin. Ja, easy. Gib Kinney die Narzisse. Ja. Okay. Können wir machen. Gleich. Behold the distant realm of downtown. Home of corrupt merchant lords and homeless people. Okay.